Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir wollen heute in St. Anthony eine Siedlung erobern. Hallöchen, da habe ich doch gerade einen Hinweis bekommen, dass hier irgendwo jemand ist, der mir auflaut. Na Freunde, wo bist du? Ey Freundchen, wo bist du? Bist du unter der Brücke? Aua! Boah, Scheißdreck, warum habe ich dich nicht gesehen im Gebüsch? Mit dem Adelauge meine ich. So ein Assi. Okay. Ähm... Es sind noch welche da. So. Ja, aber jetzt sieht keiner sonst noch. Bist du das? Bist du damit gemeint? So, der war weg. Und... Ah, der hat gerade noch seine Axt da rausgeholt. Aua! Aua, Aua, Aua! 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 Wer bist du denn da oben? Ja, Laachladen. Laachladen, ne? Okay, zumindest bist du einer, den man wegmachen muss. So, dann schneiden wir mal kurz die Flagge hier durch. Ohne, dass das jemand merkt, natürlich. Oh, man hat uns gesehen. Ja, komm, ich glaube... Aua. Oh, hat der gerade seinen... Sie hat gerade seinen Kollegen, glaube ich, erschossen. Na komm, du sollst runter. Du sollst den Attentat machen. Ja, natürlich. Erstmal versorgen. Tschüss. Englische Flagge weht. Und... Oder die Großbritann... Die Großbritannische Flagge. Na? Ist ja, was ich meine. Ist ja nicht die englische, eigentlich. Wo ist denn der... Ja, difficult, very difficult, always. Everything very difficult. Achso, ich dachte, die richten da jemanden hin. Aber die schießen da bloß auf Puppen. Na gut, aber aus der Distanz sollten sie... Möglich... Möglicherweise treffen. Na? Da oben haben wir eine Assassintaube. Langsam der Taube nehmen. Oh, scheiße. Da, auf X war ich jetzt nicht vorbereitet. Auf alles war ich vorbereitet, aber nicht auf X. Wo ist denn die? Da unten hast du. Okay, wir gehen mal außen rum. Täubchen, 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 Täubchen. Saada. Assassinenabfang. Eine unserer verdeckten... Von unserer verdeckt arbeitenden Agentinnen ist nach St. Anthony zurückgekehrt. Wir sind sicher, dass sie umgedreht wurde und jetzt als Doppelagentin arbeitet. Wir müssen sie loswerden. Auftrag annehmen, würde ich sagen. Ey, Abfang annehmen, wenn ich... Oder... Ne, Abfangauftrag annehmen. Dieses... Das Ziel ausfindig machen. Ah, ne, da hinten. Da hinten. Oben. Und dann auch. Einmal außenrum, wa? Einmal außenrum, genau da oben. Über die... Über die Steine und den Baumstamm rüber. So. Ähm... Davon ist das Ziel. So. Sechs, also sieben ausfindig machen. Da unten. Ist der Erste. So. Das Problem ist halt, die Engländer, die sehen das natürlich auch. Ne? Das ist das Problem. Nein, nicht den da hinten. Den da. Nein, nicht außen. Nicht den. Herrschaft zeigt nicht. Alter. Warum am Leben lassen, wenn man die auch töten kann. Oh, da hinten ist das Scheiße. Aber hier muss... Ah, hier sind noch zwei. So, noch einer. Ah, geh weg da. Weg da, Freunde. Weg da. Ich muss zu dem Typen dahinter. Wo sind wir hin? Ja, erst mal den Typen in den Kopf schießen. So. Der ist weg. Der ist weg. Ach, der ist noch gar nicht tot. Scheiße. So. Tschüss. Alter, ich würde gerne die... Boah, hey, kotzt mich das an. Ich bin doch einer von denen. Verzeichen. Ich muss die Typen killen. Oder was? Damit sie aufhören. Wo ist denn der? Wo ist der? Da hinten ist der. So ein Assi. So, 27 Sekunden für den letzten Assassinen. Der ist irgendwo da hinten. Oh Gott. Das Gebiet ist ja zum Glück nicht groß. Wo der sein könnte. Ähm. Ah, davon ist er. So. Geschafft. Abfangauftrag ausgeführt. Belohnung... Was? Belohnung? 200 oder 2000? Ich hab's nicht gelesen. Oder ich war nicht schnell genug. Drei Assassinen abfangen. Herausforderung beendet. So, holen wir uns. Äh, wo ist denn das Fragment? Das ist doch so ein Abstractor-Fragment. Äh, ne. Das ist doch so ein... Fragment. Wollen die mich verarschen? Äh, warum wollen die mich verarschen jetzt hier? Hier hat doch ein Fragment angezeigt. Bin ich blöd? Ach, da oben. Ah, da holen wir uns jetzt schnell. So, ein paar Hochschäe. Und jetzt hier rüber. Und da waschen. So, damit hätten wir hier auch in Albany ein bisschen weiter... Nee, äh, in Sankt. Sankt. Johnny, wo sind wir? Scheiße, ich hab keine Ahnung. Da holen wir uns jetzt ein bisschen Wohlstand. Ich hab ja mittlerweile, ich glaub, 25% und... 7,5% oder so. Äh, auf... Ähm... Na, auf die Dinger halt. Bist du schon. Auf, äh, Schiff... Schiffsbeute und... Ähm... Was war das an... Nee, das Schiffsbeute war das 7,5%. Und das andere war... Lasst mich nicht liegen. Lasst mich nicht liegen. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier der Wohlstand? Hör doch Wohlstand an... Ach, da oben. Also, ich muss da hoch. Ähm... Das andere war, äh, das Budget. Also, äh, nicht das Budget, der, ähm... Ach Gott, mir fällt jetzt grad der Name nicht ein. Ähm, das... Ja, das Geld ist bald bekommen. Na? Ist da schon. Kann man das Ding aufmachen? Nee, kann man nicht. Aber hier kann man hoch, oder? Da kann man doch 100% hoch. So. Ja, komm, hoch mit dir. Ja, ja... Ja, das war jetzt... ...irgendwie nicht so ganz realistisch. Aber, naja, ist ja... Ist ja wurscht. Äh... Solange... Zack. Solange du... ...hier hochkommst, ist es mir scheißegal. So, und... Oh, wir haben jetzt... Jetzt haben wir den Shanty. Ich dachte... Ich dachte mal jetzt schon... Wir hätten den gleich gehabt, aber nee, das war es nicht. So, können wir darüber... Ja, kommen wir. So, wir gehen jetzt hier rüber. Und einmal runter, damit hätten wir den Wohlstand auch noch. Ich glaube, St. John wäre... Ne, St. Anthony hieß es. Genau, St. Anthony. Wurde ich grad unten angezeigt. St. Anthony wäre eigentlich fast komplett abgegrast. So, dann machen wir uns auf zu weiteren, äh... Gefilden. Äh, wie schaut's denn hier aus? Außenposten voll. Da ist noch ein Schiffswrack. Die Sapphire, die habe ich schon gemacht, genau. Die habe ich schon gemacht. Ich würde... Äh, interessieren, wo wir die, wo diese Stilen... Ah, die Stilen waren hier oben in meiner. Ne, aber hier, das hier habe ich schon alles. Da oben, aber... Äh, diese Foas, die habe ich noch nicht. Foas könnte ich mal einnehmen. Könnten wir in diese Folge mal einnehmen, die Foas. Genau, das machen wir jetzt mal. Jetzt müssen wir zuerst zurück... ...zu Morrigan. Und danach... ...ab zum Vor. Aber ich weiß nicht, vielleicht machen wir auch mal eine Schnellreise dahin. Vielleicht machen wir dorthin auch eine Schnellreise. Unsere schönen goldenen Mörse. Aha. So. Eine Schnellreise hätte ich aber eigentlich auch so machen können. Ohne da vorher groß... Ja, machen wir mal nach Port Menhir. Ohne vorher groß irgendwas mal zu machen. So, da wären wir schon. Einmal bitte umdrehen. Hier. Ohne, dass wir da anstoßen. Und dann... ...ab in Richtung Vor. So. Wenn er singt, bitte. Ich will was hören. Leute, wir müssen umkehren. Leute, wir müssen umkehren. So eine Scheiße. Ich hab keine Mörsekugeln mehr dabei. So, herzlich willkommen zurück jetzt. Das war... ...echt ein... ...eine Odyssee jetzt gerade. Hier... ...irgendwelche Munition zu finden, ist echt... ...so was von scheiße schwierig. Das ist unfassbar. So, jetzt. Aber... ...machen wir das vor. Fertig. Ich hab euch das jetzt mal rausgeschnitten. Das braucht ihr jetzt nicht unbedingt sehen. Wie ich da rumgeirrt bin an drei verschiedenen Städten. Ähm... Ähm... ...wo ich... ...na, eigentlich muss ich weiter. Eigentlich muss ich weiter. Darf ich mich da sich unbedingt treffen lassen. Oh... ...oh... ...so, zack, weg. So, hinterm Eisberg kurz verstecken und dann weiter. So. Der nächste... ...der nächste Maus am... ...ah, shit. Hier direkt... ...am... ...vordran. So. Dem Eisberg verstecken schön. Schön, 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 schön. Oh. Oh. So. Jetzt aber. So, einmal rein damit. Den Mörsern. Den exzellenten Mörsern. So, warte mal schnell. So. Hauen wir den einfach so eins drauf. Aber eher... ...die müssen... ...dran glauben. Ah, wo ist denn der Mörser? Verdammte Scheiße, so, hier. So, schön rein damit. Jetzt... ...auf die Schwachstellen. Schön gehen. Hallo, schnell da. Nicht stehen bleiben. Wir haben schon genug verloren. Wow, 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 wow. Aus der Schussbahn. Drehen, 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 Freunde. Und weg. Und weg. Oh, die haben... ...die Mörser schon abgefeuert, Freunde. Jetzt muss aber schnell gehen. Jetzt muss aber schnell gehen. So, dahinter. Was macht er denn hier? Weg. Weg, weg, weg mit dir. Ich will das vorzerstören. Der Scheiße. So. Alter. Was sind das denn für Pfosten? Weg, weg mit dir. Auf ihr Zeichen, Käpt'n. Gebt der Feuer! Mal schauen, ob das klappt. Oh. Ich treffe das vorend irgendwie nicht. Habe ich das Gefühl. Gebt der Feuer! Gebt der Feuer! Gebt der Feuer! Ja gut, da brauche ich eigentlich gar nicht reinschießen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so, der Brüller, wenn ich da reinschieße. Aber da hinten müsste ich sie treffen. Na. So, dahinter. Yes. Nochmal. So, damit hätten wir das. Alter, was wollen die denn von... Aua, aua, aua. Mit dem Mörser Feuer drin. Und tschüss. So, weiter, 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 weiter. Schön weiter. Ah, das Ding ist gleich down. Das Ding ist gleich down. Ich muss bloß noch den Turm versenken. Aber das ist versenken. Weg machen. Alter, ob der den Turm ist. Jetzt haben wir es. Boah, Leute. Ein Kampf. Nein, ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal das Schiff weg. Weil ich würde mal sagen, das könnte uns ein bisschen gefährlich werden. So. Das ist jetzt weg. Und wir legen an. Andocken, bitte. Und dann können wir da jetzt auch schön rüber. Na, gut. Also. Zwei Truhen, zwei Sammelobjekte. Ja, das ist uns jetzt erstmal scheißegal. Wir müssen die Typen kennen. Ähm. Komm ich da rein? Wie komme ich dort rein? Ah, da unten. Können die Jungs? Nee, die können nicht uns. Wir müssen mal die Berserkergranaten. Vielleicht killen die ein paar. Ihrer Leute. Da unten ist doch irgendeiner, den wir töten sollen. Na komm, runter da. Oder sind das irgendwelche Vorräte? Das sind, äh, äh, Gifts. Das sind irgendwelche Gas-Dinger. Oder so ähnlich. Okay, den schützen da oben noch. Zum Beispiel. So, da haben wir uns nicht gesehen. Tschüss. Äh. Schöne Position haben wir hier oben. Ja komm, boah, der schaut mich schon so schön an. Ja. Ich bin dran. Ich bin dran. Boah. Hallo. Na. Jetzt aber. Und tschüss. Meine Freunde da. Habt ihr euch mit dem Falschen angelegt? So. Da la. Dann hinten. Hier hätten wir noch die Fässer. Nein. Alter, wollte ich mich verarschen jetzt. Oh Gott. Attentat verfehlt. So, jetzt aber. Oh Gott. Der hat nicht, der hat nicht nachgeladen. Oh. Wie kommt der erstmal los? Boah, gerade noch so. Äh. Nachladen bitte. Dass wir da hinten sind. Da kommt noch keiner. Es sind noch drei, die mich gesehen haben. Deshalb kann ich das Ding nicht anzünden. Wollt mich eigentlich verarschen. Na, wo sind die? Jetzt sind sie aber immer da hinten. Na komm. Die müssen wir das auch noch machen. Ja, tschüss. Okay. Die hätten noch zwei Dinger. Also zwei Pulverfester. Aber die können wir erst wegmachen, wenn der da unten im Arsch ist. Deshalb machst du die jetzt auch. Okay. Damit wäre das gegessen. Das Vorwehr wäre so gut wie unser. Na geil. Kommen wir da nicht hoch. Alter, kommt der da jetzt echt nicht hoch. Einfach, komm. Einfach da rüber. Einfach rüber. Ja, geht doch. So. Also da hinten ein Pulverfass. So. Und dort unten. Nein, Pulverfass. Ja. Finde ich auch, dass du sterben musst. Eins. Zwei. Nein. Den hier. Ach so, der hat sich ergeben. Okay. Dann ist ja gut. Da hinten hätten wir ein weiteres legendäres Schiff. Wenn wir diesen Bezirk noch einnehmen, finden wir... Ne, hier haben wir schon das legendäre Schiff angezeigt bekommen. Wahrscheinlich, weil wir das schon gesehen haben. Okay, hier unten ist keins dieser Schiffe. Okay. Naja. Aha. Dann könnten wir in der nächsten Folge eigentlich dieses Vordaunt machen. Und dann... hätten wir hier komplett den Nordatlantik unter unserer Kontrolle. Das wäre doch was. Aber erst für die nächste Folge. Bis dann. Tschüss. Ach. Und dann exclus municipal. Bis dann. Halfürrekt. Das ist ein, wenn man dann entschieden. Bis dann. Auf вас, wie heißt das? Unsere latency dann. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Das ist ein. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020